Äh, kann man ihnen helfen, kleiner Affe? Oh, der Affe steckt fest! Loil! So Leute, willkommen zu einem neuen Video von Wurppy Life und heute ist der Affe und der Gentleman am Start und wir zeigen euch heute so eins, dass es auf jeden Fall einen coolen Glitch zeigen bei euch. Dann natürlich auch noch mal, gehen wir uns geheimnisvollen Spur. Was ist am Whiteboard? Was kommt als nächstes, Leute? Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wir machen noch ein paar andere lustige Sachen, meine Freunde. Also bleibt auf jeden Fall dran. Vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen, weil wir eine coole Videos von Wilde Pommes und wir fahren jetzt erstmal zum Atomkraftwerk. Let's go! Einfach einen Affen überfahren. Affe! Wo fährt's hier, du, Lunte? Ey! Spring jetzt ans Wattestäbchen! Oder so ans Holz, irgendwie. Genau. Leute, ab zu Matomkraftwerk, da gibt's einen witzigen Glitch, den will ich euch mal zeigen, der ist super funny. Ist der richtige Glitch für Klein Pommes, passt mal auf. Also, wir müssen erst den Bus kurz wegfahren. Warte mal, der Bus stört. Leute, für diesen Glitch braucht er auf jeden Fall super. Auf jeden Fall ein Klein Pommes gut seitlos macht. Das macht er sehr, sehr gut. Stark. Ey, das kann der richtig gut, ne? Leute, für den Glitch braucht ihr das. Pommes, du kannst ja gleich mal reinsetzen. Dann fliegst du eine Runde weg. Pass mal auf. Also, wir müssten uns jetzt ein bisschen so hinten positionieren und dann müssen wir die Wattestäbchen schon ein bisschen so, wir sagen, dass die einfach so ein bisschen so rinragen. Genau, dann machen wir dieses Tor zu und dann sollte man ganz weit wegfliegen, wenn sie noch nicht gepatcht haben. Guck mal, Leute, warte mal. Ich glaube, so reicht. So, Pommes, setz dich mal rein. Ich glaube, es so passt. Ich probiere es, Pommes. Ja, viel Glück, wenn du wegfliebst, weil ich meine, dich du holst. Tschüss. Na, guck mal, es funktioniert. Oh, nein, das ist doch eingeklärt, Pommes. Okay, ein bisschen ein Stück nach vorne, ein kleines Stück nach vorne. Ja, ja, ich glaube, noch ein kleines Stück. Ja, warte, stopp, 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 das ist gut. Mach nochmal. Pommes, guten Flug, let's go. Und, yeah. Aber eigentlich geht das, das geht eigentlich noch höher. Fahr das Auto mal hoch. Das geht eigentlich noch höher. Du fällst, du fliegst richtig mit ins Weltall, fliegst du richtig fast so. So, komm, also Pommes, das war viel damit richtig krass weit. Das ist richtig böse. So, das müsste so passen. Ich mach mal jetzt, Pommes, du müsstest das ganz weit fliegen. Ich wünsche dir ganz viel Glück dabei. Pommes, dann viel Glück und guten Flug. Ich hoffe, es funktioniert. Warte, eins, zwei, drei. Und, ah. Der ist aber, aber fast richtig, fast richtig. Ich glaube, wir müssen nochmal machen. Wir müssen nochmal machen hier. Nochmal, Pommes, guten Flug. Ich versuche dich jetzt in die Welt einzuschleuern. Warte mal. Und, yeah. Es hat funktioniert. Tschüss, Pommes. Ich bin bis zur Müllhalde geflogen. Das war krass, oder? Ich bin bis zur Müllhalde geflogen. Ja, das ist ein geiler Bug. Nein, komm, ich würde es auch bei mir machen. Das muss man ja auch machen. Ich weiß, okay. Wir müssen also das Tor, Leute. Das Tor bis bis zu den Rädern unten. Das muss genau auf den Rädern so oben sein. Und da fliegt man ganz weit weg. Pommes, das ist bis zur Müllhalde geflogen. Überkrass. Schauen, wie weit du fliegst. Ja, okay. Okay, dann musst du durch den Knopf und durchdrücken. Uh, auf geht's. Danke. Also, Leute. Genau dieses Metallding, dieses, was runtergeht, muss genau auf den Rädern so sein. Warte mal. Ein bisschen weiter zurück. So reicht es, glaube ich. So. Da muss ich sagen, let's go. Äh, das war noch nicht ganz so. Oh, okay, steck fest. Ich will es mal versuchen. Äh. Hallo. Lass mich mal. Oh Mann, nein. Das steckt dieses doofen Auto fest. Äh, äh. Äh, hallo. Au. Hallo. Au. Hallo. Ich bin stark. Ich bin stark. Lol. Okay. Kannst du mal die Tür aufmachen, bitte? Ich sehe kein Wattes Stippchen mehr. Nein, nein, nein. Hätte. Und. Ja. Ich fliege, Leute. Ich fliege. Ich komme bis zum. Ah. Ich bin am Fluss gefallen. Oh. Aber ich kann weiterfahren. Oh. Respekt der Landung. Ich bin bei der Farm gelandet, Pommes. Bin bei der Farm. Kommst du wieder? Ich komme wieder. Alles klar. Leute, wir können auch noch einen Superflug, würde ich sagen. Ich kann euch zusammen machen zum Schluss. Und danach gehen wir zum Whiteboard, zum, ja, zu den Wobbly-Erstellern. Und danach gehen wir nochmal was anderes gucken, meine Freunde. Und dann, guck mal mal, ist der in Whiteboard sich verbürgt und was im neuen Update kommt. Bin schon gespannt. Ich hoffe, dass im nächsten Update so ein Haus kommt mit Fahrspülen. Kannst du, äh, Knopfdruck, direkt einmal, warte mal, so, und direkt dann einmal ran springen. Schaffst du das Pommes? Los, und, ja. Oh, wo leidet Pommes? Oh, komm, es war nicht so weit. Oh, 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 oh. Da machen sie ernst. Also, Pommes ist der erste Sprung bei der Müllhalle gelandet. Ich bin auf der Farm gelandet. Ich konnte direkt weiterfahren. Nee, Pommes, wir fahren jetzt mal eine Runde zum Royal Band Games Gebäude. Und gucken uns mal die Tafel an, okay? Ich hole dich mit dem Heli ab. Oh, Heli-Kopter-Service. Dankeschön. Das ist aber nett. Oh, danke, danke, danke. So, Royal Band Gebäude bitte. Nächster Stock Royal Band Gebäude bitte, vielen Dank. Wir haben schon mal den ersten Video mal ein Update gezeigt. Der ist nämlich hinter der Whiteboard Tafel wie was Neues. Und lass mal ein bisschen kurz rätseln, was es sein könnte, okay? Finde ich mal ganz nice. Pommes! Er fährt einfach vor ohne Papa. Ist das ein Egoist, ey? Ey, Pommes, komm sofort runter, hier zu Pommes. Alter, du kleines, frisches Ding, Alter. Wollte dich einklemmen. Naja, einklemmen. Also guck mal, wir haben jetzt Update 0,76. Ist klar, viel für Hamster. Wir haben versucht, den Hamster zu führen. Das geht aber irgendwie nicht. Das scheint irgend so ein Running Gag. Get Lunch ist ein Häkchen. Es gibt noch Nap. Also wenn man so einen Mittagstaff machen will. Und next Update. Und hinten in den Whiteboard ist ein Wobbly, der anscheinend irgendwas baut. Und ich hoffe, ich hoffe es, dass wir auf jeden Fall neue Häuser bekommen und so ein Kram. Und vielleicht einen neuen Wobbly-Content, oder? Was sagst du, Pommes? Ja, und ein paar neue Outfits für mich. Genau, das ist ein Wobbly mit einem Hammer. Und es könnte, ja, es könnte ein Haus sein. Es könnte eine Miene sein. Keiner weiß es. Was glaubst du, Pommes, was es ist? Weiß nicht. Weiß nicht. Also ich denke, also einen neuen Update hat komplett gefehlt. Ein neuer Kontinent so ein bisschen. Einfach ein bisschen mehr. Oh Gott, was ist die Schöne los? Genau, einfach so ein bisschen mehr. Einfach mehr Flash, als wir mehr machen können. Und ich hoffe, dass wir irgendwann jetzt eine Runde Minigames mit reinpatchen. Das wäre super cool. Iva, Bobbycar, Pommes hat ein Bobbycar. Ja, Leute, was auch noch neu ist, das heißt, ich glaube, der Hamsterball, der kann wieder über Wasser rollen. Haben es wieder reingepatcht, glaube ich. Ja, der kann über Wasser rollen. Ja, lass mal kurz den Leuten mal zeigen. So, Hamsterball-Test machen wir jetzt auch eine Runde. Hamsterball soll wieder über Wasser. Das sollte funktionieren, oder? Man ist ein bisschen unter Wasser, aber es ist nicht schlimm. Wie, ist ich ganz so? Nee, man ist ein bisschen... Im Hamsterball, der Charakter ist ein bisschen unter Wasser. Na, wir checken die Lage mal aus. Hier kann ja auch nicht wahr sein. Oh, stimmt, das ist ein bisschen barriere. Auch in der Luft hat schon gemerkt. Da schwebt so ein bisschen. Wow. Hallo. Ja, stimmt. Man ist jetzt ein bisschen unter Wasser. Das war vorher nicht so, oder? Nee. Stimmt. Vorher war man direkt auf der ganzen Wasseroberfläche. Das ist ja auch witzig. Aua. Wer kommt denn da schon wieder an hier? Folgt nur Wobblis hier. Wollen wir eigentlich dran, los? Okay. Der ist schon eingestiegen. Oh yeah, Leute. Wir fliegen hier einfach weg. Was geht hier ab? Ein wunderschöner Wobbly-Arm geht zu Ende. Ey, weißt du was? Ich spaw noch mal eine Jacht, glaube ich, der Runde. Ich will mal eine Jacht noch mal spawren. Na, Pommes, dann mach mal einen Flugzeugklatscher hier. Was geht ab? Flugzeugklatscher, let's go. Äh, wo ist... Da. Wo bist du denn hin? Du sollst noch vor mir landen, du kleiner Wurm. Ja, meine Freunde. Das heißt, äh, aktuell, es gibt halt wirklich nicht mehr viel abzudrehen. Es bleibt einfach zu warten, dass neues Update kommt. Ihr habt gesehen, Glitch auf jeden Fall nutzen Leute mit dem Wattestäbchen Auto. Und gehört euch die Jacht auf jeden Fall nicht das nächsten Update noch mehr Fische kommen und ihr die Jacht gar nicht mehr freischalten könnt, was einfach saulange dauert. Du drehst durch. Du drehst durch. Kleine Pommes nimmt die kleinen, die kleines Motorboot. Ich nehme die fette Jacht. Hey. Und sich einsteigen oder was? Ah. Oh, kleiner Affe. Äh, das war ein bisschen daneben. Ah. So, bist du drauf? Nein. Klar, hinten müssen wir drauf hin. Ich sehe es noch. Ich lüge mich dich an. Ja, das ist ein Fake-Kumpfuh-Hase. Ja, das ist ein Fake-Kumpfuh-Hase. Das hast du es nachgemacht. Das stimmt. Jetzt kommt mal ruf, wir wollen den Zuschauer verabschieden. Ah. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir warten gespannt, dass ihr ein Update. Leute, schreibt in den Kommentar, was ihr gesehen wollt auf mein Content. Habt ihr sehen, Raph hat euch nicht so gut gefallen. Vielleicht wollt ihr mal Stumble-Gesme vorgesehen. Schreibt's in die Kommentare. Ansonsten, die kleinen Pommes, wünsche ich eine schöne Weiterfahrt. Und bis zum nächsten Mal, haut da rein. Tschüss. Ciao. Oh, tschüss, Pommes. Ich bin gestrandet. Du bist gestrandet? Du bist ein gestrandeter Affe ohne Banane. Was ist da los? Ich brauche Bananen. Dann hol die Bananen. Ich weiß nicht, wo welche sind. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin gestrandet. Ich bin gestrandet. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.